Ich mein, ich find's ja super, dass die Server ne Konkurrenz untereinander aufbauen, dadurch, dass sie ne Konkurrenz aufbauen Ikea, oh, Ikea Dadurch, dass sie halt ne Konkurrenz aufbauen, werden die Server an sich besser und bemühen sich auch Schneller, irgendwelche Dinge zum Beispiel wie Bugs oder sowas zu beheben Leute, Rrechppex am Start Herzlich Willkommen zu ner Runde survival games auf MCSG Meine Stimme ist grad ein bisschen, ah, weil das Problem ist einfach, wirklich 20 Aufnahmeversuche gerade, weil es ist einfach da Es leckt, ich habe Standbilder Es sackt einfach gerade übel wegen der Aufnahme Keine Ahnung, es sackt einfach gerade übelst rum Und deswegen, sorry, wenn ich mich ein bisschen komisch anhören würde Und lasst ein Like da, wenn ihr mehr wollt auf MCSG Weil das macht mir im Moment richtig Spaß Und SG macht mir allgemein im Moment durch MCSG ein bisschen mehr Spaß Und ich lasse den Typen mal vor, weil ich habe noch keine Waffe Und das Problem ist, die laufen jetzt alle auf meine Rote Und der lässt mich doch vorlaufen Nein, 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 geh weg, geh weg Ich habe doch nichts Der habe ich aber Der soll mich mal gelaufen lassen, weil das Problem ist, da ist ein Tier 2 Und da ist ein Tier 2 Und die wollen alle die Tier 2 Und wenn nicht gehe, ich gehe einfach an die nächste Tier 2 Weil die Route ist ein bisschen beliebt, wo ich dann gehe Die schnappen alle Tier 2 am Anfang weg Das ist mein Problem, ich brauche jetzt erstmal ein paar Tier 1s Dass ich erstmal gucken kann, dass ich ein Schwert bekomme Ich gehe jetzt erstmal hier hoch Und ich bete, dass keiner von den Dreckssäcken da unten einen Bogen hat Den könnten wir theoretisch runterboxen, der da gleich hochkommt Wir können es einfach mal versuchen, hoffentlich klappt es Ich bete dafür, bitte, bitte Und ich spreche mein Thema Also ich habe auch noch ein Thema für die Folge Und das Problem ist nur, ich werde das erst ansprechen Wenn ich irgendwie einigermaßen safe bin Weil das Problem ist einfach, die vorigen Runden Da habe ich das Thema 10.000 Mal nachgelabert Und das ist einfach so extremst nervig Und wir haben fast full Iron Aber noch keine Waffe Und das ist halt extrem, wie gesagt, nervig Wenn man irgendwie ein Thema 10.000 Mal wiederholen muss Und, ah, stark mich dort Ihr kennt das wahrscheinlich als SG-Youtuber ein bisschen selber Weil heute nehme ich mich mal ein bisschen allein auf Weil keine Ahnung, ich habe, naja, jetzt nicht so Bock immer Das Problem ist immer, man braucht jemanden zum Aufnehmen Den man auch gut kennt und so Und das ist immer so Das ist halt immer so eine Sache Und ich muss echt gucken, dass ich mal eine Tier 1 kriege Weil dann gehen wir einfach zu den Tier 2s dahin Weil wir haben eh schon fast full Iron Wir bräuchten einfach mal einen Geppel oder so Das wäre auch mal was Süßes Also ein Geppel Goldapfel Und deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen so Hallo Hallo, meine Stimme Hi Deswegen Und hier wurde alles schon gelootet Ah, nein, 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 nein Der darf mich nicht sehen, weil ich habe keine Waffe Und gerade habe ich wieder so halbe Standbilder Aber das ist schon mal besser Als die vorigen Standbilder, wo wirklich gar nichts mehr gehen Gehen, gehen, okay Okay Rebexdeutsch For the win Nach 20 Aufnahmeversuchen Rebexdeutsch For the win Und zwar fange ich jetzt mal mit dem Thema an Und mein Thema ist Ich habe immer noch keine Waffe Okay, das ist nicht mein Thema Aber mein Thema ist Und zwar der Serverkrieg Oder Anführungsstrichen Was macht der Knopf? In Anführungsstrichen Der Serverkrieg zwischen den Servern Um die kleineren YouTuber Und zwar kennt ihr es ja im Moment VIP auf 5 wurde runtergesetzt Also die Bedingungen wurden stark runtergesetzt Dann wurde das runtergesetzt Dann gab es da mal den Premium Plus Rang Und jeder Server reagiert so Oder steht ja in der Konkurrenz zu anderen Servern Und reagiert dann praktisch drauf MCsg Zum Beispiel auf iPhone jetzt Die Also ich habe das aus Hankes Video Dass er die Theorie aufgestellt hat Und die ist eigentlich gar nicht mal so dumm Die Theorie finde ich Ja, relativ glaubwürdig Und dass es auch wahrscheinlich so ist Okay, jetzt haben wir wenigstens mal noch Holzachst Und zwar das auf MCsg Also das MCsg praktisch auf die 1.7 geupdatet hat Weil die gemerkt haben Endlich mal Ey yo Es geht User durch Die 1.8 verloren Weil 90% Es ist ja wirklich so Hasten einfach die 1.8 Oder spielen nicht gerne auf der 1.8 Ich spiele auch lieber auf der 1.7 Alleine schon wegen den Resource Packs Weil es mich einfach so abfuckt Dass der scheiß Bogen so ist Oder Ja Oder dass man nicht mit alten Resource Packs Und so spielen kann Das fuckt alles so ein bisschen ab Und Deswegen kann ich es auch vollkommen nachvollziehen Wenn jemand sagt Ey yo Ich finde das extrem scheiße Oder mag die 1.8 einfach nicht Die 1.8 Ist jetzt auch nicht so Das Tollste Oder das Gelbe vom Ei Finde ich Und Praktisch das als Reaktion Auf den Also praktisch auf Das Das Hive da Lol War da gerade ein Player vor mir Lol Warte ganz kurz Bin ich gerade dumm Oder ist da gerade was Der Spawn bringt was vor mir Immer wenn ich die Kiste aufgemacht habe Bitte hab keine Okay Der hat extrem gutes Equip Und eine Rod Und ein Dia Schwert Ich werde nie gegen den gewinnen Mit einer Holzachst Aber der Typ sieht mich einfach nicht Das ist natürlich auch toll Ne Teamt der Nein Ich glaube nicht Nein Nein Der teamt nicht Der teamt nicht Ich kann abkleen Ich kann abkleen Ich kleen ab Ich kleen ab Bitte Lass mich rechtzeitig da sein Bitte bitte Okay der sieht mich Der sieht mich nicht Komm Aber ich mach so extrem wenig Damage Und der macht extrem viel Damage Ich hab mich getötet Oh Danke 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 Endlich klapp mal was Einigermaßen in der Aufnahme 90% von der Aufnahme Klappt einfach gar nichts Und jetzt hab ich ihn gekleent Sorry dass ich mich gerade so freue Aber mit der Holzachst An diesen Dia Schwerttypen da gekleent hab Ich weiß das ist Huren so like Aber musste gerade einfach komplett sein Tut mir leid Ähm Dass ich das mache Und Ähm Zum Beispiel hat Scorma Premium Plus Wie gesagt wenn ich da irgendwie was gegen Server sage Ist das nicht böse gegen die Server an sich gemeint Zum Beispiel hat Scorma Premium Plus rausgebracht hat War es ja so Dass Hive da auch ein bisschen drauf reagiert hat Dass da Leute früher VIP damals schon bekommen haben So ab 10k circa Ähm War es ja auch dann so Zum Beispiel hat Hive mal was gebracht Hat ein bisschen VIP runtergeschraubt Weil sie glaube ich Also ich glaube Den MCSG Hype so ein bisschen Niederhalten wollt Was ja auch ganz klug ist Ich meine ich find's ja super Dass die Server Eine Konkurrenz untereinander aufbauen Dadurch dass sie eine Konkurrenz aufbauen Ikea Oh Ikea Dadurch dass sie halt eine Konkurrenz aufbauen Werden die Server an sich besser Und bemühen sich auch Schneller Irgendwelche Dinge zum Beispiel Wie Bugs Oder sowas zu beheben Das ist halt das Tolle an der Server Konkurrenz Das ist ja überall so praktisch Wenn zwei Firmen Nennen sie jetzt mal Mediamarkt und Saturn In Konkurrenz stehen Will die eine Firma was besser machen Was die andere nicht so macht Was mehr Kunden reinbringt Das ist einfach so Weil MCSG hat einfach jetzt Intelligenz Den Zug gemacht Den sie wirklich machen können Und zwar einfach auf die Fucking 1.7 zu updaten Weil einfach jeder die 1.7 feiert Und ich glaube Wir haben wirklich nur zwei Gegner Wird interessieren Was der für ein Stuff hat Der hat einigermaßen ein Stuff Ich hoffe nicht dass die Team Bitte Wie du zeigst den Wichser jetzt Team Danke dass du auf den Ziel ist Danke 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 Das regt einfach so auf Auf MCSG Meint die dauernd Irgendwie zu teamen Zu müssen Aber ich glaube Die sind kein Team Aber der zieht natürlich auf mich Weil ich gerade ein bisschen Besseren Stuff habe Ist ja auch klar Und mein Bow Ist natürlich wunderbar Aber wir haben 28 Falle Das heißt wir können den theoretisch Auch Bow spam Aber ich muss gucken Dass der nicht von hinten kommt Kommt Den Feuer gesetzt Ich lasse den ruhig abkleinen Ist mir egal Hauptsache ich komme ein bisschen weiter Und muss den auch ein bisschen Niederhalt bitte bogen Kommt Bitte Bitte Klappt doch endlich Kurz was essen Bisschen eine goldene Karotte reinwerfen Dass ich ein bisschen länger aushalten kann Okay der ist nicht schlecht Der ist nicht schlecht Nein 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 Ich bin einfach so dumm Oh Gott Wie low war das einfach Oh mein Gott Wie low war das von mir Ich bin einfach komplett ins Feuer gerannt Oh Gott War das low Oh man Ich bin dann einfach in mein eigenes Feuer gerannt Hab dann ein halbes Herz Schaden bekommen Und hab deswegen einfach komplett verkackt Okay das war einfach komplette dumm Hat ich ja die Runde locker holen können Oh man Hab ich einfach nicht richtig aufgepasst Und nochmal zu dem Thema Also wie gesagt Was schreibt ihr Oh Gott Schreibt eure Meinung mal zu dem Thema In die Kommentare Was ihr findet Also zu diesem Server In Anführungsstrichen Krieg da Was sie die Also Krieg Wenn man es jetzt so nennen kann Oder dieser Konkurrenz Die anderen YouTuber anzuwerben Oder Dass die YouTuber praktisch Auf ihrem Server aufnehmen Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare Was ihr zu dem Thema meint Bex ist raus Bis dann Tschüssi 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 Tschüssi